Hallöchen und recht herzlich willkommen wieder zu einem TG, TGC, Pokémon TGC Live zu einem Booster-Pack-Unboxing, digital. So, die haben wir bekommen. Wir haben vier Packs. Ja, Otoro. Okay, ganz hübsch. Sehr effektive Brille. Hübsch, hübsch. Ah, wir haben einen Doppel bekommen. Ja, passiert. Gibt's. Auch ganz hübsch. Kassant. Hab ich noch nicht. Jo, das ist doch mal ein sehr gutes Pack gewesen. Das zweite Pack. Und wir haben einen Tau-Boss Full Art drin. Ist ja hübsch. Ist die hübsch. Geil, geil, geil. Sehr hübsch. Kann man reifen gut. Pokéball, immer gut. Klassiker. Hübsche Karte, gefällt mir. Schönes Art. Das letzte Pack. Hübsch. Klassiker. Die ist interessant. Oh. In whole of words. Und nochmal die hier. So. Gut. War nicht lang. War relativ kurz. Aber ich danke trotzdem fürs Zusehen. Und dann. Bis zum nächsten Mal. follow'rücken wir dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 피